Okay, das war leer. Lass mich raten, das ist leer. Jo, das heißt, wir suchen gerade. Ich probiere es trotzdem mal. Jo, wir brauchen. Okay, ja, wir schaffen das. Wo sind die zwei Jungs hin? Alter, wurden die schon wieder getötet? Ist das so? Ich hab denen nix getont. Jetzt brauche ich Sprit. Toll, danke Merkel. Das sind aber hier Aufgaben. Okay, wir haben ja zwei Ersatzteile. So ein Ding. Also hier sind so ein, zwei Sachen. Die können wir mitnehmen. Okay, vielleicht gibt es ja noch mehr. Wir spielen mal Re... Mal Rätsel raten. Vielleicht sind die ja hier drin. Nein, hier ist ein Ruhefeld. Pah, das ist ja schön. Guck mal hier. Neue Waffe. Zeit zum Schlafen gehen. Vielleicht tauchen die ja wieder auf. Vielleicht schlafen die auch manchmal. Oh, jetzt kann ich das natürlich... Ich wette mit euch, das Ding ist voll. Hi, ich grüße dich Connor. Du bist ja wieder da. Wuhu. Okay. Meine Maske ist erstmal kaputt. Das habe ich verstanden. Okay. Verstärkter Helm. Okay. Cool. Das finde ich nett. Dann machen wir das zu. Okay. Ähm, okay. Hm. Zwing dich doch da durch. Du kommst überall rein eigentlich. Und jetzt beschwerst du dich. Also, ich hoffe, das Zeug, was wir suchen... Moment, ich müsste erstmal so ein Ding nehmen. Wir sind ziemlich rot oben. Ähm. Ah. Kann man hier übers Wasser laufen? Also hier ein bisschen kann man laufen. Aber irgendwann hört es auch auf. Nee, darüber kann man nicht laufen. Okay. Jo, Kevin. Gute Nacht. Gutes Nächtle. Und bis nächstes Mal. Genau, genau. Hä? Was ist denn das jetzt gewesen? Ich habe gestoppt. Ich habe nichts gemacht. Oh, toll. Oh, jetzt kommt noch so ein gemischtes Vieh aller. Ist da dein Auer? Und schmeiß es dir hinterher. Dann ist das nicht im Krieg. Ich weiß nicht warum, aber irgendwas hält mich da hinten. Irgendwas sagt mir, Bruder, da hinten ist das, was du suchst. Das ist so. Aber da drüben... Ach nee, das sind nur die Kleinen, ne? Wo ist denn der Große hin? Hätte ich auch irgendwo fettunisiert, gell? Guck mal. Das schafft er. Der Große war gerade hinter uns, ne? Der Abzug klemmt. Weil wir runtergefallen sind. Okay. Okay. Er ist da tot. Okay. So, wechsel kurz Richtung Bett. Bis gleich, bis gleich. Bis gleich, bis gleich. Okay, also wir werden noch ein bisschen brauchen. Wir wollen das Spiel ja recht gut durchspielen. Hier gibt's halt mehr zu entdecken. Und jetzt, da wir hier ein Bötchen haben, tuckern wir mal ein bisschen rum. Also hier waren wir zum Beispiel noch gar nicht. Vielleicht haben sie ja Leute angezündet. Ganz dumm. Ganz dumm gefragt. Aber nein. Hätte, hätte Fahrradkette. Oh nein. Nicht schon wieder so ein ekliges Teil. Das schon da. Zwei Treffer. Das andere ist da. Genauso. Okay, ähm. Da waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Ähm. Wo könnten wir denn noch dieses zu finden? Da hinten auf dem Tanker waren wir auch noch nicht. Also ein paar Orte gibt's nicht. Schon. Hier schwimmen auch noch andere Viecher. Ich sollte mich beeilen. Hallo? Kannst du mal losschwimmen? Danke. Der will nie losschwimmen. Der hängt sich schon wieder auf. Dreh dich mal. Danke. Und jetzt geradeaus. Einfach drauf losfahren. Du schaffst es. Ich glaube an dich. Okay, hier ist nichts mehr. An was hältst du dich denn fest? Mit dem doofen Ding. Bist du so außerhalb pustet, dass wir nicht vorankommen? What the fuck is going on, Alter? Wir sind mitten auf See. Jetzt. Okay. Manchmal das Spiel, gell? Vielleicht kommt der mit Links-Rechts-Kommandos nicht klar. Okay. Wir sind da. Ich hab gedacht, der fällt jetzt mir schon wieder ins Wasser, Alter. Okay. Hier waren wir glaube ich noch nicht. Maske auf. Hier hat irgendwas gecrackt. Das war wohl ein Krankenhaus. Alter. Wow. Alter, hier kannst du echt durchdringen gerade. Ich glaube, wir müssen so schnell wie möglich raus. Sonst wären wir ohnmächtig. Okay. Okay, man dreht durch. Alles klar. Radioaktivität bringt also einen richtig zum Durchdrehen. Alles klar. Noch einmal rein. Ich muss nochmal durchgucken. Kann ich hier aufs Dach? Nein, kann ich nicht. Okay, dann haben wir alles gesehen und wir können gehen. Alter. Kein Benzin. Schüsse. Okay. Ähm. Nein. Wo sind wir da? Oh fuck. Da kam gerade was geflogen, würde ich sagen. Geh mal Vollgas nach vorne. Ja, ja genau. Das waren Shadows. Genau. Weil der halt komplett durchgedreht ist gerade. Und wir haben gut Schaden bekommen. Ich halte mal hier an. Ich halte mal hier an. Ich. Oh okay. Hier ist auch die Radioaktivität wieder sehr groß. Wir gucken mal. Okay. Der kriegt gleich wieder Hallus. Der Geiger. Falscher Geiger Zähler. Der Geiger Zähler ging gerade hoch. Der. Links unten der. Den haben wir auch noch. Okay, wir brauchen Benzin, ne. Drüben ist keiner mehr. Ähm. Vielleicht gibt es da hinten. Vielleicht. Was? Da waren Shadows und Musik. Ja. Genau. Musik gab es auch. Aber ich kann das Ding gerade mal ausziehen, glaube ich. Dann kann er besser atmen. Bäh. Ach ne. Fuck. Sorry. Mein Fehler. Ach ne. Wir brauchen das Ding eh gleich. Alles gut. Okay. Ähm. Weil wir müssen ja hier rüber. Vielleicht. Finden wir hier. Ich weiß nicht, wo wir die letzte Kanne. Äh. Das letzte Stück Kraftstoff finden. Vielleicht doch auf der Insel. Ich hab keine Ahnung. Okay. Gut. Gute Nacht, Dwin. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ich mach auch nicht mehr lange. Irgendwo hier vielleicht was. Ich hab keine Ahnung. Könnten wir. Hier gab es doch noch irgendwo so ein kleines Feld. Ich überlege gerade. Warte mal. Gab es doch irgendwas, was man. Gab es nicht irgendwo eine Tür. Ach, hier war noch was. Da kamen wir leider nicht durch. Wollen wir mal hier rum? Nö. Aber jetzt sind wir. Oh, da vorne ist ein. Ist was. Vielleicht haben wir ja Glück. Oh nein. Ich mag dich nicht. Ein Schloss? Ja. Sieht man gerade nicht so gut. Okay. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Oh, ein neues Gerät. Und eine Menge Scrap. Okay. Ach, hier ist noch was. Okay. Also das war jetzt sehr erfolgreich. Aber kein Benzin, ne? Hm. Äh. Oh. Warte, 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 warte. Ich, ich. Okay. Uh. Hallen erstmal. Mal. Okay. Einmal nach. Oh Gott. Ich müsste mich mal ein bisschen beeilen, weil hier sind zu viele von denen. Und ich mag die nicht und die mögen mich nicht. Vielleicht hier oben. Ach nee, wir sind ja hier. Hier waren wir mal, aber ich glaube, vielleicht finden wir ja noch was. Schlecker. Okay. Ah, hier waren wir schon mal. Aber wenn wir hier sind, können wir das hier machen. Warum in die Ferne schweifen gilt auch für Benzin. Was ist das denn? Oder im Werk? Okay. Hört sich gut an. Okay. Also das bedeutet, ich soll in der Nähe suchen, wie ich dich jetzt verstanden habe. Oh Gott. Die Sachen sind ja ganz schön dreckig. Da bin ich jetzt aber ziemlich viel verbraten für. Okay, dann pass auf. Dann gehen wir dann nochmal rüber. Die Fuhrmacht ist okay. Ist okay. Aber ich habe das Benzin gerade echt nicht gefunden. Okay, hier komme ich nicht hoch. Aber hier. Ich mich gerade, obwohl ich mich bemüht habe, sehr in der Nähe. Jetzt verunsicherst du mich. Ach, hier ist ja wieder radioaktive Phase. Okay. Es ist sehr in der Nähe. Ich nehme dich beim Wort. Und das Ding müsste hier vorne irgendwo sein, ne? Genau. Hier sind wir... Ne. Hier müsste doch unser Bötchen sein. Bin ich doof? Ne. Da vorne. Weil ich hätte echt gedacht, dass es, ähm, dass es vielleicht super weit entfernt ist. Wow. Bruder, fast runtergefallen. Aber dafür haben wir ein paar nette Sachen gefunden. Und wir haben diesen Metalldetektor. Was der uns auch immer am Ende bringen wird. Aber wir haben ihn. Aber es gibt, soweit ich weiß, noch ein paar Teile. Ähm. Ich weiß nur nicht was. Und wo. Ich glaube, zwei Sachen haben wir ja. Wir haben... Ne, drei Sachen hatten wir schon. Jetzt haben wir vier, fünf Sachen. Wie viele Sachen würden... Keine Ahnung, wo es noch alles kommt. Wie viele Sachen könnten uns noch fehlen. Ich glaube, es waren... Waren es sogar sechs? Sieben? Aua. Was war denn das? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich verpiss mich mal schnell an Land. Ich glaube, es mag nicht, wenn wir auf ihrem Gewässer schwimmen. Ich bin wieder verpisst. Oh. Geschafft. Ah, okay, gut. Das sind nur die kleinen Spucke. Gut. Sollen sie mal spucken. Äh. Bäh. Daneben sogar noch. Okay. So, da wären wir. Sehr in der Nähe. Sehr in der Nähe. Sehr in der Nähe. Also sehr in der Nähe verstehe ich als hier. Aber... Was ist das denn? Oh, Metall. Achso, weil da hinten Metall ist. Hoch. Oh, da kommt ein... Also hier ist jetzt nichts. Das hatten wir schon nachgeguckt. Ähm, hier ist nichts. Warte, in der Nähe vom Generator vielleicht. Ernsthaft? Das ist ein Ding. Alter. Alles klar. Ich gebe auf. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding mal wieder. Okay. Hier müssen wir jetzt... Okay. Wir haben hier zwei Dinger, die wir aufmachen können. Eins. Sesam, öffne dich. Was finden wir denn hier? Eine Werkbank. Äh, was haben wir denn hier? Ah, hier... Ah, hier... Gibt's ne Lampe? Ah, hier. Okay, also es gibt noch nen Seitengang, der entscheidend ist. Oh, hier ist was. Oh, hä? Da. Ah, hier ist noch was. Okay, also die Werkbank ist schon mal saugut. Also es ist wahrscheinlich hier drüben, ne? Glaub ich eher gerade. Huch! Ich wollte das Ding doch... Oh! Lass mich raten, man kann nur eins aufmachen. Ja? Okay, ich bin verwirrt. Aber... Nicht komplett, weil es kann sein, dass wir so rein müssen. Oh, ja. Hier ist noch jemand. Das war mit oben gemeint. Jetzt verstehe ich's auch. Unten ist auch noch was. Genau, hier unter uns. Oh, ja. Deswegen ging's nicht. Ich verstehe. Gib dem Ding mal Saft. Ein bisschen Kickstarter. Und dann geht das schon auf. Guck mal. Guck mal, wie das aufgeht. Und... Etzala? Hier war's. Okay. Ach, das war die Tür. Huch. Und jetzt können wir auch... Nein, können wir noch immer nicht. Weil... Hebel... Und jetzt aufdrehen. Jetzt macht's Sinn. Alter. Also dahinter muss jetzt echt was krasses sein. Okay. Die sitzen hier in Menschen. Nein, ich quill den Menschen nicht. Nein, Mann. Alter, was ist denn falsch mit dem Spiel? Einmal bitte drehen. So nach dem Motto. Hier ist aber noch was. Hier ist aber noch was. Irgendwo ist hier noch was. Also... Der arme Mensch? Nein. Ist hier noch was? Nö. Ah. Chemikalien. Stopp. Hier. Hat der noch was? Nö. Dann ist es vielleicht... Okay. Ähm. Okay. Dann irgendwie nicht. Dann vielleicht doch hier. Hm. Hm. Hm, hm. Das sieht nicht so aus. Also irgendwas ist hier noch, aber ich find's nicht. Wiederbelebung. Ich weiß nicht, ob das eine Wiederbelebung ist. Wirklich nicht. Ach, sehr schön, sehr schön. Ja, wir sind halt auch schon mittlerweile auch relativ weit am Ende. Also... Also... Also ich bin am Ende. Mit meiner Neve. Okay. Mal aufhübschen. Äh. Die entwickelt wurde, um den Ladevorgang zu steuern. Diese wurde dadurch effektiver und die Akkus halten länger. Okay. Das ist der normale, das ist der neue. Okay. Krass. Sehr schön. Einmal U4 laden. Ja gut. Dann würde ich sagen... Legen wir uns nur noch ins Bettchen. Ähm. Wie viel Schuss haben wir mit der denn? Ach, das kann man eher so nachprüfen. Okay. Oh, man kann sogar später neue Sachen schießen. Auch cool. Jetzt... Äh, nein. Wir ziehen das Ding ab. Passt. Sehr gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Von daher vielen herzlichen Dank auf YouTube. schon. IRISH. Ich wödie mich. Ich wödie mich. Untertitelung des ZDF, 2020